Das ist der Besitzer des neuen Hanomag Zug- und Tragschleppers C-224. Er hat klug gedacht, als er sich diesen modernen Schlepper bestellte. Denn die ausgereifte Hanomag-Konstruktion ist bis in alle Einzelheiten klug durchdacht. Formschön in seinem Äußeren, sinnvoll praktisch in seinem Aufbau, das ist der Hanomag C-224. Der Frontlader ist bei aller Stabilität handlich leicht geblieben. Ein Mann allein baut ihn an. Diese Führungslasche erleichtert die Arbeit. Ohne Werkzeug, nur mit Steckbolzen wird der Frontlader befestigt. Jeder kennt heute schon den Frontlader. Er war schon immer ein vielseitiges Werkzeug. Jetzt ist die automatische Heuzange dazu gekommen. Mit diesem Hanomag-Patent geht die Arbeit bei der Heu- und Grünfutterernte tatsächlich schneller und einfacher. Das im Schwad liegende Heu wird zusammengeschoben. Wenn die Gabel voll ist, packt die automatische Heuzange zu, während sich der Frontlader dabei schon anhebt. Keine Angst, nichts fällt herunter, bis auf dem Wagen wieder abgekippt wird. Die automatische Heuzange erspart einen teuren Speziallader. Denn der Hanomag-Tagschlepper ist eben eine echte Mehrzweckmaschine. Von Hannover aus gehen Hanomag-Zug- und Tagschlepper in alle Teile Deutschlands und in 80 Länder der Erde. Sie helfen der Landwirtschaft. Wer mit klugem Weitblick seinen Hof bewirtschaftet, dem ist der Hanomag-Zug- und Tagschlepper unentbehrlich. Der Hanomag-Zug- und Tagschlepper in alle Teile Deutschlands und Tagschlepper in alle Teile Deutschlands und Tagschlepper in alle Teile Deutschlands. Der Hanomag-Zug- und Tagschlepper in alle Teile Deutschlands.